Ihr habt es wahrscheinlich schon in den News gelesen, Nintendo hat das SNES Mini angekündigt und ich habe mir gedacht, ich mache eine kleine Pro- und Contra-Liste zu dieser Sache und ich würde sagen, fangen wir an! Als erstes möchte ich mit der Pro-Liste anfangen, denn ich habe tatsächlich nicht ganz so viele Pro-Punkte auf meiner Liste, was ein bisschen bedauerlich ist, aber naja, so ist es eben, denn ich möchte hier meine Meinung kundtun, was ich davon halte. Ich finde es gut, dass es bei dem SNES Mini direkt zwei Controller dabei gibt, das heißt, man kann solche Titel wie F-Zero oder Mario Kart oder Secret of Mana direkt mit einem Freund zusammenspielen, denn diese Spieler bieten die Möglichkeit, komplett zusammenspielen zu können. Also so ist das Rennspiel, bei Secret of Mana kann man es komplett zusammen durchspielen und ich finde, das ist eine ganz coole Sache, denn bei dem NES Mini war es ja auch schon teilweise tricky, überhaupt noch einen Ersatz-Controller zu bekommen und deswegen finde ich es ganz gut, dass Nintendo es jetzt so gelöst hat, dass man zwei Controller direkt am Start hat. Der nächste positive Punkt, den ich ansprechen möchte, ist natürlich die Spieleauswahl, obwohl ich da auch noch ein paar Negativpunkte habe, dazu komme ich aber später. Natürlich ist der Verkaufsrenner bei diesem SNES Mini, wo wir auch alle wissen, dass die E-Bail-Preise sowas von in die Höhe schießen werden, dass das nicht mehr gesund ist, Star Fox 2. Aber es wurde nie veröffentlicht und kommt jetzt einfach mit auf das SNES Mini und wir alle wissen, das Ding ist jetzt schon restlos ausverkauft und mit diesem Spiel allein da drauf ist das Ding Gold wert, wenn man es verkaufen möchte. Ich finde es ganz cool, dass sie jetzt in Europa auch das Super Mario RPG unter anderem damit draufpacken oder Earthbound, denn diese Titel gab es vorher nicht bei uns, zumindest jetzt nicht auf dem Super Nintendo und es ist eine ganz coole Sache, dass Nintendo sich die Dinger damit reingeschmissen hat. Natürlich ist es klasse, dass wir die alten Klassiker mit dabei haben, wie Super Mario Kart, wie Super Mario World, Yoshi's Island, Donkey Kong Country, F-Zero und weiß der Geier was. Das sind ja insgesamt 21 Titel und ich muss sagen, ich finde es ist schon eine ganz ausgewogene Mischung an Spielen, so dass, sage ich mal, die Kinder der 90er, die damit groß geworden sind oder die damit angefangen haben Videospiele zu spielen, natürlich total angetan sind von diesem Gerät, weil da natürlich die Titel drauf sind, die man in der Kindheit gespielt hat und ich bin gespannt, wer von euch mit dem SNES damals groß geworden ist. Schreibt es mir da unten gerne in die Kommentare und auch, welches euer erstes Spiel dabei war. Das macht mich nämlich super neugierig, denn ich bin selbst mit dem SNES groß geworden und muss sagen, es ist eine meiner liebsten Konsolen und ich freue mich mega, dass wir dieses Gerät nochmal neu angekündigt hatten. Jetzt aber zu meiner Contra-Liste und ich muss sagen, die ist ein bisschen länger als meine Pro-Liste, wenn ich mir das hier so anschaue und ich sage mal, ich quatsche kurz drüber, denn das könnte sonst zu lange dauern. Das erste, was mich stört, ist natürlich der Preis von 99 Euro, denn in der USA wird das Gerät für 80 Dollar verkauft und normalerweise kriegen wir einen 1 zu 1 Kurs, das heißt, in der USA 80 Dollar bedeutet bei uns 80 Euro. Aber je nachdem, wo man schaut, bei der Spielekorte kriegt man es zum Beispiel für 90 Euro und bei Amazon für 100 Euro, beziehungsweise man bekam das Ding, also man konnte es vorbestellen, denn es ist jetzt schon restlos ausverkauft. Und das ist einer der Kritikpunkte, die ich ebenfalls habe. Da Nintendo dieses Gerät scheinbar nur bis 2017, also Ende 2017 produzieren will und die Vorbestellungen jetzt schon voll sind, ist es schwierig, überhaupt noch an ein Gerät zu kommen. Ich persönlich muss auch noch schauen, ob ich eins kriege, denn ich habe diese Vorbestellungswelle nicht mitgekriegt und dann steht man da. Und das finde ich ist ziemlich ärgerlich, da Nintendo doch eigentlich wissen müsste seit letztem Jahr mit dem NES, dass die Leute ihnen die Bude deswegen einrennen werden. Ein weiterer Kritikpunkt ist wahrscheinlich nur etwas für die ältere Generation, die des Englischen nicht so mächtig ist, denn sowohl positiv als negativ ist, wir bekommen die 60 Hertz Fassung der Spiele, allerdings sind das alles die USA-Fassungen. Das bedeutet, wir haben hier in Europa damals die 50 Hertz Super Nintendo-Fassung der Spiele bekommen mit natürlich deutschen Titeln, beziehungsweise mit deutschen Untertiteln und das wird es jetzt bei dem SNES-Mini-Schein mal nicht mehr geben. Das heißt, die Spiele, die ihr auf Deutsch spielen wollt, könnt ihr so nicht auf Deutsch spielen, da es die USA-Fassung ist. Darauf sollte man wirklich achten, wenn man in den alten Nostalgie-Flash gehen möchte, denn die Titel werden alle auf Englisch sein. Ein minimaler Kritikpunkt ist, dass mal wieder kein Netzstecker dabei ist. Das bedeutet, wenn man kein Smartphone, kein Tablet oder sowas hat, ist man aufgeschmissen. Klar, es gibt kaum noch Leute, die solche Dinger nicht besitzen. Ich kenne aber jemanden, der hat kein Smartphone, kein Tablet, nichts und muss dann erstmal zusehen, wo man so einen Netzstecker überhaupt herkriegen könnte. Ich meine, das Ding kostet doch höchstens 1-2 Euro, das könnte man bei dem Preis doch auch locker mit in das Paket packen. Oder wie seht ihr das? Mein größter Kritikpunkt an dem SNES-Mini ist unter anderem noch, wo sind die ganzen RPGs? Mir fehlen Spiele auf dieser Liste, zum Beispiel Illusion of Time, Secret of Evermore, Lufia, Terranigma, Breath of Fire, Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Country 3. So habe ich schon spontan aus dem Kopf 7 Titel, wo ich mir denke, warum sind die nicht mit da drauf? Liegt es daran, dass Nintendo nicht die Rechte dafür bekommen hat? Oder war es jetzt zu viel Arbeit, die noch mit drauf zu packen? Mich würde interessieren, welche Spiele fehlen euch noch auf dieser Spieleliste des SNES-Minis? Seid ihr zufrieden damit, was Nintendo euch da anbietet oder seid ihr unzufrieden damit? Und habt ihr es geschafft, schon ein Gerät vorzubestellen oder nicht? Schreibt mir doch gerne eure Meinungen unten in die Kommentare. Ich liebe es, darüber zu diskutieren und bin gespannt, was ihr davon halten werdet. Und das war auch schon mein kleines Video zu dem Thema SNES-Mini. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal schon wieder. Bye, bye! Bis zum nächsten Mal!